Guten Abend zu den Sportnachrichten von morgen. Berlin. Bruno Labbadia wurde heute als Trainer von Hertha BSC Berlin schon wieder entlassen. Er hatte seinen Ferrari auf dem Frauenparkplatz von Michael Preetz geparkt. Paris. Thomas Tuchel verzichtet auf Mundschutz. Er hat stattdessen seine Atmung umgestellt. Tuchel atmet nur jedes zweite Mal. Italien. Auch dort wird der Mundschutz von einigen Spielern überraschend abgelehnt. Rum. Papst Franziskus ist heute überraschend zurückgetreten. Neuer Pontifex ist ab sofort Zlatan Ibrahimovic. Er sprach heute den Segen Urbi et ich. Kitzbühl. Franz Beckenbauer verkauft seinen Kaisertitel für den guten Zweck. Ab sofort heißt Beckenbauer nur noch Knecht Franz. Und zum Abschluss noch eine positive Meldung. Golf wird ab sofort nur noch mit 17 Löchern gespielt. Das eine Loch schenkt man der Politik, damit sie sich darin verbuddeln kann. Soweit die Sportnews. Mein Geist. Tuchel. Johnson. Untertitelung des ZDF, 2020